Hallo, wieder ein kleines Elton Ring Video von mir. Ich zeige euch jetzt, wo der Fundort, beziehungsweise die Kaufmöglichkeit, die Kaufoption, für eine Laterne ist, die man sich umschnallen kann. Eine Umschnalllaterne. Jo. Wir sind Limgrave, hier unser Startpunkt der ersten Schritte, wie immer, nach unten Süden, in der Nähe von Köhle des Gräberwalds, Turm der Rückkehr, also hier. Und da findet man die Hütte des abgeschiedenen Händlers, und bei dem, ich habe sie selber noch nicht ausprobiert, aber ich kaufe sie mir, ja. Die Laterne, also, ich glaube, die kann schon hilfreich sein, ja. Was hat er denn noch? Noch eine Asche, ah, ein Duplizieren von Kriegsaschen, das ist ja mal schön. Ja, der hat einen nice Scheiß, ja. Ja, gut, eigentlich, ja, hier für die Laterne, und, ja, bis zum nächsten Video, und tschüss.